»Würde es Sie überraschen, wenn ich Ihnen erzähle, dass Nils Bohr in diesem Moment in London weilt und sehr wichtige und prekäre Unterredungen mit Churchill führt? Und, äh, dass er um Ihren Beistand gebeten hat?« Carpenter hielt sich im Schatten eines Pfeilers. David verdaute die Information schweigend, dann räusperte er sich. »Ich«. Ich dachte, er wäre in den USA. Das Letzte, was ich von ihm gehört habe, war, dass er zusammen mit meinen Eltern und meiner Schwester von Dänemark nach Schweden geflohen war. Er zeigte auf sich. »Er hat nach mir gefragt?« »Sind Sie sicher?« »Und warum zum Teufel haben Sie das nicht gleich gesagt?« Die großen Tranken von George öffneten und schlossen sich, als wollten sie eine imaginäre Person erdrosseln. »Haben Sie nicht zugehört?« zischte der Sergeant. »Mr. Carpenters Worte waren »wichtig« »prekär« »Ihre universelle Hoheit« »Winston Churchill« »Schenken Sie David noch einen Drink ein«, sagte Carpenter beiläufig. Er zog einen Stapel Papier aus seiner Manteltasche und legte sie aufs Bett. »Wir mögen Sie, David«, sagte er. »Das tun wir wirklich.« »Und ich habe die Befugnis, Ihnen eine Stellung und die britische Staatsbürgerschaft anzubieten, die automatisch mit Beendigung ihrer Dienste für die Krone ausläuft.« David schaute auf die offiziell aussehenden Stempel und Unterschriften. Carpenter fuhr fort. »Der Lohn beträgt 500 Pfund Sterling monatlich und einen Vorschuss von 750 Pfund hier und jetzt, wenn Sie akzeptieren.« George zitterte vor Empführung. »Das ist das Doppelte meines Jahresgehaltes, verdammt!« »Und was ist mit meiner Frau und meiner Tochter? Sie warten darauf, dass ich«, setzte David an. George ertrug es nicht, ihn anzusehen. Das Angebot war irrwitzig. »Ich verstehe Sie«, sagte Carpenter aufrichtig. »Meine Vorgesetzten haben mich gebeten, Ihnen mitzuteilen, dass Sie alles dafür tun werden. Und das ist eine Menge, um Sie so sicher und so schnell wie möglich wieder mit Ihrer Familie zu vereinen, sobald Ihr Einsatz beendet ist. Ich muss Ihnen nicht erklären, wie riskant Ihr Vorhaben ist, Sarah und Elena über die Grenze nach Finnland oder Norwegen zu bringen. Der Krieg wird von den Alliierten gewonnen, was aber hinterher noch lange nicht notwendigerweise ewige Freundschaft aller Parteien garantiert.« David atmete tief ein. »Was soll ich tun?« »Lesen Sie die Papiere durch oder unterschreiben Sie direkt. Das Wichtigste ist die Geheimhaltungsvereinbarung.« Orwe Bohr war dem Professor eine unschätzbare Stütze und ein dienstbeflissener Sekretär, aber Ende Dezember war er gezwungen, nach Schweden zurückzukehren. »Gesundheitliche Probleme, aber nichts Ernstes. Aber Bohr ist auf eine Reisebegleitung angewiesen, der er sich anvertrauen kann und die ihm bei seinen Veranstaltungen und der Korrespondenz hilft.« In diesem Zusammenhang fiel Ihr Name.